Bist du es leid, stundenlang nach dem perfekten Ersatzteil zu suchen? Von Laden zu Laden zu rennen, um eine kleine Schraube zu finden, die dein Projekt zum Stillstand bringt? Die Zeit, die du verschwendest, die Frustration, die dich überkommt und das Gefühl der Hilflosigkeit? All das kann ein Ende haben. Willkommen in der Zukunft des Ersatzteilmanagements. Mit einem brandneuen 3D-Drucker kannst du endlich selbst zum Schöpfer werden und das Problem von teuren und schwer erhältlichen Ersatzteilen für immer hinter dir lassen. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von 3D-Druckern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Drucker bestellen? Schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den ComGrow Creality Ender 3D-Drucker. Was diesen Drucker so besonders macht, ist sein neu gestaltetes UI-LCD-Bildschirmdisplay. Die Benutzererfahrung wurde komplett überarbeitet, um dir ein noch einfacheres und bequemeres Druckerlebnis zu ermöglichen. Selbst ein 10-Jähriger kann ihn problemlos bedienen, während er gleichzeitig auch die anspruchsvollsten Bedürfnisse von Profis erfüllt. Das Herzstück dieses Druckers ist das selbst entwickelte, leise Motherboard. Mit diesem 32-Bit Silent Motherboard erlebst du eine beeindruckende Entstörung, schnellere und stabilere Bewegungsperformance, sowie ein flüsterleises Drucken mit niedrigen Dezibelpegel. Der Ender 3 V2 ist auch für seine mühelose Filamentzufuhr bekannt. Dank des praktischen Drehknopfes wird das Laden und Zuführen von Filamenten zum Kinderspiel und das brandneue UI-System in Verbindung mit dem 4,3 Zoll Smart Farbbildschirm sorgt für eine noch bessere Benutzererfahrung. Eine weitere großartige Funktion ist die Druckfortsetzung. Selbst bei unerwarteten Stromausfällen setzt der Ender 3 V2 den Druckvorgang nahtlos von der zuletzt aufgezeichneten Position fort. So sparst du Zeit und reduzierst Abfall. Und vergisst nicht die Carporundum Glasplattform, die eine schnelle Erwärmung des Hotbets ermöglicht und für perfekte Haftung deiner Drucke sorgt. Sogar die erste Schicht wird ultra glatt. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den 3D Drucker auch direkt per Prime Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Uncubic Wiper 3D Drucker. Dieser intelligente 3D Drucker ist mehr als nur ein gewöhnliches Gerät. Mit seinem revolutionären automatischen Nivellierungssystem gleicht er mühelos die Unebenheiten des Heizbets aus, so dass du dich nicht länger mit mühsamer manueller Justierung herumschlagen musst. Ein einziger Tastendruck genügt und der Wiper erledigt den Rest für dich. Dank des patentierten Z-Achsen-Spiele-Limitations-Moduldesigns garantiert dir dieser Drucker eine beeindruckende Präzision bei jedem einzelnen Druck, ob du ein Anfänger oder ein Profi bist. Das modulare Design und die intuitive, dreistufige Schnellinstallation machen ihn kinderleicht bedienbar. Aber das ist noch nicht alles. Mit dem neuen 32-Bit Motherboard und dem leistungsstarken Hauptsteuerchip der Cortex-M3-Architektur erzielt der Wiper nicht nur eine unglaubliche Druckgenauigkeit, sondern auch eine nahezu lautlose Arbeitsweise. Keine störenden Geräusche mehr, nur reibungsloses Drucken. Egal ob du kleinere Kunstwerke oder beeindruckende Prototypen erschaffen möchtest, der Wiper bietet dir ausreichend Platz für deine Ideen. Der 4,3 Zoll Touchscreen und die neue benutzerfreundliche Benutzeroberfläche machen die Bedienung zum Vergnügen. Neben der Größe punktet der Wiper auch mit Geschwindigkeit. Dank der effizienten Wärmeableitung durch zwei Lüfter kann er beeindruckende Druckgeschwindigkeiten vom bis zu 100 mm die Sekunde erreichen. Vergeude keine Zeit mehr und lasse deine Designs im Handumdrehen Wirklichkeit werden. Die magnetische Plattform aus hochwertigem Federstahl macht das Entfernen deiner fertigen Modelle zum Kinderspiel. Kein mühsames Kratzen und Schaben mehr. Einfach biegen und abnehmen. Und das Beste daran, der Wiper ist mit einer Vielzahl von Filamenten kompatibel. Einschließlich PLA, ABS, PETG und TPU. Stell dir nur vor, welche wundervolle Dinge du mit diesem intelligenten 3D Drucker erschaffen kannst. Ob du deine kreative Seite ausleben, Prototypen für deine Geschäftsideen erstellen oder einfach nur Spaß haben möchtest. Der Anycubic Wiper wird dich nicht enttäuschen. Alle weiteren Infos zu diesem 3D Drucker kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Anchormake M5 3D Drucker vorstellen. Stell dir vor, du könntest die Leistung deines 3D Druckers verdoppeln und dabei die gleiche herausragende Druckqualität beibehalten. Dank des Powerboost 2.0, das die Leistungsabgabe um 30% im Vergleich zum Powerboost 1.0 erhöht, ist das jetzt möglich. Mit dem Anchormake M5 erreichst du nicht nur eine beeindruckende Geschwindigkeit, sondern auch eine Präzision von 0,1 mm. Selbst bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Aber das ist noch nicht alles. Der M5 ist mit einer smarten Fehlererkennung ausgestattet, die sicherstellt, dass dein Modell deinem Design entspricht. Die integrierte Kamera und der Druckplan sorgen für reibungslose Druckvorgänge und verhindern Fehler wie nicht haften, Spaghetti-Chaos oder Staus. Du sparst nicht nur Zeit, sondern auch Materialkosten. Die beeindruckende integrierte Struktur des Aluminium, Druckgusslegierung und das Z-Achsen-Design machen den M5 stabil und präzise. Du erhältst scharfe Drucke ohne Kompromisse bei der Qualität, selbst bei hoher Geschwindigkeit. Egal ob du ein Profi oder ein Anfänger bist, dieser Drucker wird dich begeistern. Und das Beste daran, du kannst deinen Drucker von überall aus steuern. Die Anker Make-App, der Slicer oder sogar Alexa ermöglichen es dir, deine Drucke zu verfolgen, Aufgaben zu pausieren oder Einstellungen zu ändern. Mit der 7x7 Autonivellierung startest du deine Drucke mit immer perfekter Genauigkeit. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen 3D Drucker.